Max Liebermann malt mit Palette und Pinsel in sin Hand an ein Bild. Für ein kurzen Augenblick geht hei af, fanden sin ne konzentrierte Arbeit und kiegt hoch. Mit runzeligen Stirn und hohen Ogenbrunen geht sin Blick Röver Norden, der dat Bild bekieken deit. Dützös Bild hätt Max Liebermann in sin negun sestigste Lebensjahr malt. Torsäen ist hei in ein düster Antoch mit witten Kragen. Mit der Utwahl fand sin Tüch wist hei, ik bin ein Berliner Bürger und nicht ein Maule, der nur dat Handwerk arbeiten deit. Liebermann kommt ut in rieke jötsche Familie mit Koblüt und Fabrikanten. Sin Vater wär nicht um mit Info storn, dat der Künstler wahn wohl. Mann, he hättem dat doch betäult. Sin Ödernhus, wo hei Lorte Henoch Sülfst mit sin Familie wohnt het, leeg in dat Hart von Berlin an de Pariser Platz, just taken over van dat Brandenburger Door. Achten hunertag und tachentig, dus Liebermann sine Waken wie in Utsstellung van de Königliche Akademie van de Künste in Berlin wiesen. Dat wär dat eerste Mal, dat ze hem in Dützschland groot rustelt hebt. In de jorenderneur hätt Liebermann in de Hauptstadt Kunstpolitik moogt und he hätt ook de Berliner Sezession mitgründ. In düssen Künstlervereinen wulln sig de Künstlers jümmer egen Städen für Utsstellung inrichten. Und dat buten de staortlichen Utsstellungen van de Akademien. Se wulln nich, dat de staort ansächt, wat in de Kunst goet is und wat nicht. Nengtenhundert und Thain is Max Liebermann dan in sine Nähe-Villa an den Berliner Wannsee trocken. Hier hätt he in de jore Nengtenhundert und Sestain ook düt Sülsporträt moolt. Von wegen den Ersten Weltkrieg wär to de tiet alens knapp. Utsstellungen und Veranstaltungen mit fehlem Menschen geeft dat bloats af und an mool. Liebermann hasig in Düsse-Tiet nor sin Wannsee-Villa trucht trocken.